Der Lukas, Allgäuer Tochtwolle. Das bin ich, ja? Nice, jetzt bin ich da. Ja, man Leute, ihr habt es gesehen. Lukas Aibler hier am Start aus München. Ja, kennst du öfters, wa? Joke. Heute ist Leg Day. Jetzt fische ich was mit den Videos. Peace. Ich bade mir jetzt einen Booster. Los geht's. Leute, ihr müsst immer auf den Beat warten. Wenn der Beat kommt und der ist geil, dann machst du viel mehr Wiederholungen. Dann hast du viel mehr Power. Also hört genau hin, was jetzt kommt, Leute. Ich bade mich. 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 ARD Text im Auftrag von Funk 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 Zocken! FIFA 12? 16, 17! Was machst du dir jetzt eigentlich, das sind sie sehr gut? Alles, vor allem. Ach, ist das Geld? Na Digga, das geht auf jeden Fall, Digga! Du weißt, aber zu Hause würde ich nicht. Zu Hause würde ich die Corona-Nachverflopfen. Ja. Das geht nur wo? In welchem Haus? Nur bei dir. Der hat halt einfach nur einen super schweren Stand übernehmen. Das ist, äh... Das kann ich jetzt nicht sagen. Der trinkt Leinenöl mit Way, Alter. Das ist so ein krasser Backei. Rico, willst du deinen Leuten mal erzählen, wie das heute war beim clean Essen? Mit dem Gaumenmuskel, ich will das, erzähl's mal bitte. Was da bei dir passiert? Genau, was passiert da bei dir, wenn du cleanes Essen in den Mund schiebst? Also wenn ich wirklich richtig heftig cleanes Essen sehe, und das ist auch für mich so furztrotten, so wie Thunfisch, dann, wenn ich das zu meinem Mund fühlen will, ähm, kriege ich so eine Art, ähm... Maulsperre. Maulsperre, ja. So eine Maulsperre, so, da verkrampft man die ganze Backe, weil... Rico's Gehirn, das sendet einfach Signale, das will ich nicht. Ja, genau. Genau, genau. Dann ist das so. Und deswegen tust du es halt wieder aus dem Mund raus und legst du wieder hin. Genau, dann gibts stattdessen sowas. So. Und dann gibts, ja genau, dann gibts Kelloggs mit Whey Shake. Ich hole mir dadurch mein Protein. Geil. Aber ich esse trotzdem Fleisch, jeden Tag. Auch wenn's dünner Fleisch ist. Guten Morgen, Leute. Nächster Tag. Ich bin heute schon einmal um 7 Uhr aufgestanden. Hab mir nochmal einen 300 Gramm Haberflocken Shake gegönnt mit 80 Gramm Whey. Jetzt haben wir's gleich 12 Uhr, ich muss gleich zur Arbeit. Und ich werde mir jetzt natürlich noch einen Shake gönnt, aber jetzt nur 200 Gramm. Und danach kommt auch was schön leckeres. So. 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 Normalerweise würde ich jetzt, weil es Donnerstag ist heute, natürlich mal ein XSL-Pommes vorher essen und zwei Stunden später erst trainieren gehen, aber ja, die können dann einfach herkommen und trainieren, eine Gusterei, dies, das und dann ging es halt schon los, werde ich halt danach halt meine guten Sachen essen. Musik 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 So Freunde, der Nacht, Katsuya am Start, Eibler am Start, schon am Döner snacken die, das, und ja, ich habe auch wieder einen Döner am Start, natürlich, den besten Döner, den es gibt hier in der Umgebung, ich glaube, den gibt es nur jeden Donnerstag und jeden Samstag und dann, ich gönne mir halt immer, ne, so sieht es aus, Freunde. Musik Musik So, Freunde, jetzt haben wir angekommen, hier schön auf der Reeperbahn, dies, das, und ja, hier gönnt sich mit Bier, 10%, Alkohol drin, erst mal geben wir erst mal jetzt ein schönes Edelrestaurant, bisschen snacken und jammer. Musik So, damit die Prallheit in meinem Körper standfest ist, habe ich mir was Leckeres zu essen geholt, und zwar, drei Burgers, wie Dennis Burger, Sweet Onion Soße und sechs Hot Wings, ähm, die heißen Hot Wings, weil sie heiß sind. Musik So, gesnackt, bis später. Musik Haben die keine Freunde, keine Hobbys oder so? Das war fast immer so, er betet ja. Er betet gerade. Musik Obwohl ich die Tomaten abgemacht habe vom Burger, das aus Versehen, das hat auch mit abgefallen. Und die Zwiebeln. Musik So, Freunde, wir sind jetzt angekommen, hier im Halo, war ich noch nie drin, soll sehr klein sein, ich bin gespannt. Musik Musik 1, 2, 2, 3, 4, 2, 3, 2, 3, 2, Lobe. 1, 2, 1, 2, 3, let's go! We're here! Untertitelung. BR 2018 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 So Leute, Le Klaus noch am Start, aber ich kann gar nicht mehr, weil ich so fett bin. Und so fett er ich bin, und so anstrengend wird alles. Guck mal, komplett nassgeschwister, Dude. Aber dafür schweilt das Fuck, Yo. Boom. Aber ihr hört die Musik, ihr wisst, was ihr noch gefühlt, illegal, dies, das. Aber wir machen gleich weiter, Yo. Boom. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020